Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 15. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1367 und das ist der dritte Take. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Normalerweise geht alles in einem Mal durch. Ich probiere es nochmal. Signify, Acara, Greenpeace, Nothing, Tap2Pay und Threads. Das sind die Themen von heute und ich starte gleich mit Signify. Die haben neue Lampen vorgestellt. Für den Aussenbereich, die Philips Radi Solar Leuchten, gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Die leuchten einfach etwas, ja, Weg ab oder irgendwelche Gegenstände, Büsche und so weiter, die bei euch in eurem Garten drin sind. Solltet ihr euch diesen nähern, können die dank Bewegungssensor ganz einfach auch mehr leuchten, so dass du den Weg siehst oder was da gerade ist. Kann sehr praktisch sein. Ist auch blöde, wenn da eine Katze durchläuft und das Ganze dann passiert. Aber ja, ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, wie ich dazu stehe. Ich mag Licht. Ich mag auch so indirekte Beleuchtung draussen. Aber ich mag das nicht, weil die Umwelt darunter leidet. Vor allem die Vögel und die Tiere. Und nicht zuletzt auch wir Menschen, denn die ständige Lichtpräsenz tut uns nicht gut für den Schlaf und die Erholung. Aber ja, mal schauen, wo das hinführt. Philips Hue hat auch gleichzeitig seiner App ein Update gegönnt auf die Version 5.4. Und da sind die Kameras mit drin. Ja, Signify und Philips Hue bieten mittlerweile auch Home-Kameras an. Das ist ein Ding, was halt einfach das ganze Sortiment abrunden soll, wo man nicht auf externe Partner zurückgreifen sollte. Acara, auch ein weiteres Smart Home-Unternehmen, hat jetzt in einem neuen Update auch eine Neuigkeit integriert. Im Dashboard der App findest du nun eine Verbraucherstatistik des Stroms. Wenn du eins oder mehrere Geräte nutzt, oder wenn du mehrere Geräte nutzt, da drauf tippst, dann siehst du nachher die detaillierte Übersicht. Sprich, auf dem Dashboard siehst du den Gesamtstromverbrauch und detailliert dann das, was du misst. Natürlich müssen da Gadgets dazwischen sein, Zwischenstecker etc., um das Ganze auch zu ermitteln. Aber es lohnt sich für jeden, so behaupte ich, der sich aufregt, dass er zu viel Strom verbraucht, mal so ein, zwei solche Sensoren zuzulegen, um mal zu sehen, um über eine gewisse Zeit, wie viel Strom dann welche Geräte überhaupt fressen, um da diese bösen Stromfresser auch ausfindig zu machen. Und man kann das natürlich dann auch schön Spuren steuern, dass eben alles, dass sich die Geräte nur dann Strom bekommen, wenn man sie auch schlussendlich wirklich braucht. Bei Greenpeace wird immer mal wieder moniert. Meistens passiert das bei grossen Firmen und auf internationaler Basis. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, dass sie das auf nationaler Basis machen, hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass ich es teilweise gar nicht mitbekomme, wenn das in anderen Ländern als in der Schweiz passiert. Hier in der Schweiz hat Greenpeace sich jetzt ein paar grosse oder vor allem ein grossen als Beispiel genommen, das ist Digitec Galaxus, denn die haben, wie man schon früher berichtet hat, aus internationaler Gesicht, Amazon und Zalando etc., die sehr, sehr viele Kleiderretouren vernichten, statt wieder in den Verkauf geben. Ja, so ist es eben auch bei unseren Schweizer Detailhändlern. Zum einen hat Digitec Galaxus bei 25 zurückgeschickten Produkten sechs zerstört. Ähnlich ist es bei Fust, das sind das 40% der Produkte, die zurückgehen, die zerstört werden. Und das sind insgesamt 268 Tonnen an Material, an Gadgets, an Kleidern, an allem Möglichen, das zerstört werden. Das geht doch einfach nicht, liebe Detailhändlern da draussen. Und auch liebe Besteller, die sich einfach denken, ja, ich bestelle mal was, ich kann es ja wieder zurückschicken. Das sollte zu einem grossen Umdenken bewegen und genau dafür sind solche Aktionen von Greenpeace natürlich auch gut. Was ich sympathisch fand, ist Bragg, der unter anderem hier immer wieder mal zum Thema wird. Der Online-Shop bringt vieles, fast alles, was sie zurückbekommen durch die Retouren, wieder in Umlauf. Und zwar meistens bei den Mitarbeitenden. Und das ist schon eine schöne Geschichte, wie ich finde. Nothing, der Smartphone-Hersteller, der vor kurzem gerade zwei Millionen Nutzerschaft geknackt hat, also zwei Millionen Geräte sind im Umlauf von dem ersten und dem zweiten Phone, die bringen jetzt iMessage in ihr Telefon mit rein. Etwas, was Google schon seit Langem moniert, die machen einfach Radau. Sie möchten nämlich, dass Google den RCS, Rich Communication Standard, mit unterstützt und das in iMessage integriert. Weil, ja, ich habe es ja schon vielfach gesagt, Google hat keinen Messenger und, ja, möchte da natürlich auch ein bisschen was mitspielen und wahrscheinlich auch ein bisschen Daten mitlesen. Ja, die monieren, Nothing reagiert und die bauen es halt einfach ein. Über Sunbird ist ein Drittanbieter, aber da vorsichtig, weil es geht eigentlich einfach. Du musst bei deinem Nothing-Phone einfach dein Apple-ID und Passwort eingeben und schon funktioniert das Ganze. Doch was passiert da genau? Im Hintergrund gibst du einem fremden Server deine Daten, deine Login-Daten, die, ja, du nicht aus den Händen geben solltest. Sunbird verspricht schon, dass sie da keine Nutzerdaten erheben, dass die Kommunikation vollständig verschlüsselt ist und bla bla bla. Aber was passiert, wenn da mal so ein lustiger Hacker vorbeikommt und sich da Zugriff auf das Ganze macht? Ha, schwierig, schwierig. Ich würde es an der Stelle eines Nothing-Nutzers nicht tun. Tap-to-Pay, eine Funktion, von der ich dachte, die kommt noch lange nicht zu uns, zumindest nicht mit der Schlagkraft von Apple, ist jetzt immer näher gekommen. Nach USA und Kanada ist jetzt auch Frankreich mit dabei. Das sind schöne Neuigkeiten. Es ist ja nicht so, dass wir kein Tap-to-Pay hier in der Schweiz haben, weil, ja, man könnte es theoretisch in der, also die Technologie dahinter nutzen. So tut es seit letztem Sommer zum Beispiel Samsung. Hast du ein Samsung-Smartphone und bist Händler, dann kannst du das relativ einfach umsetzen und dein Telefon in ein Kassenterminal umwandeln. Doch bei Apple werden sich die Banken wahrscheinlich noch ein bisschen sträuben, weil die haben natürlich Angst um ihr liebes Twins, das lustige Zeugs. Aber ja, zu guter Letzt, obwohl das eigentlich nicht das Letzte ist. Ah, da ist noch ein Thema. Genau, zu guter Zweitletzt kommt Google. Die sind ja aktuell in einer Klage ausgesetzt in den Staaten wegen Monopol- und Kartellgesetzgeschichte rund um ihre Google-Suche. Und da sind ja schon ein paar Daten bekannt geworden. Zum Beispiel, wie viel Google Apple bezahlt, dass sie die Standardsuchmaschine sind. Und es bleibt nicht nur bei dem schönen, heftigen Betrag, den Apple da jeweils von Google pro Jahr bekommt. Die Zahl ist ja schon länger bekannt. Jetzt weiss man auch, dass 36% der Werbeeinnahmen anscheinend an Apple gehen. Also für alle Werbeeinnahmen, die passieren, wenn ein iPhone-Nutzer, ein Apple-Compute, also ein MacBook oder ein Mac-Nutzer und ein iPad-Nutzer in der Suche von Google rumsurft und da zu Umsatz bringt. 36% davon gehen an Apple. Und das tut natürlich deren, ihrem Börsenwert sehr gut. Und das freut dann Menschen, die in Aktien investieren aus dem Hause Apple. Die Frage ist nur, darf das so sein oder wird das nächstens aufgebrochen? Ich hoffe, dann bricht nicht der Aktienkurs ein. Aber das ist eine andere Geschichte. Zu guter Letzt noch die, oder wieder mal eine schöne Neuigkeit aus dem Hause Facebook. Du hast dir damals ein Threads-Konto eingerichtet, weil du einfach halt auch dabei sein wolltest und den Namen einrichten möchtest, wolltest. Ja, man konnte es ziemlich schnell nicht mehr nutzen. Wer es doch vorgemacht hat und das Konto eigentlich wieder loswerden wollte, der konnte das nur, wenn er auch sein Instagram-Konto, das geknüppelt war an das Threads-Konto, auch gelöscht hat. Das wollte man wahrscheinlich nicht oder war eine gute Möglichkeit. Wie auch immer, jetzt kann man das getrennt machen. Unter Einstellungen Account-Konto löschen oder deaktivieren kann man nur das Threads-Konto löschen und oder eben deaktivieren. Na dann, happy deaktivating oder löschen, was auch immer ihr da so tut. Das waren es die Neuigkeiten zum heutigen Tag. Ich hoffe, du hast das eine oder andere mitnehmen können. Wir hören uns bald wieder. Dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.